Jau Leute was geht? Hallo hier, wofür ich bin jetzt hier und so und tschüss im nächsten Mal. Wenn wir in den nächsten Mal wiedersehen, das ist in Ordnung. So, Spaß, wie seid ihr uns? Ähm, ja. Ich hab's euch ja schon angedroht. Wir werden das nächste Assassin Graf schänden. Also schänden aber ein bisschen da rumspucken, ein bisschen geistig spielen. Ein bisschen spucken spucken. 2000er will er roll. Der Rubel rollt, meine Liebwolle, der Rubel, der rollt. Zack, ich fass mich schon wieder nach. Mastenschläger ja gemützelt. Gereckte, dicke Sau. Vitello, Manzo, Agnello, Temprefreschi! Ja, was ist es? 1. 2. 3. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 5. So, wir wollen mal den Assassinen-Grab rein, und ja, jetzt mach ich da echt das Gefühl, dieses Feeling, meine Freunde, dieses Feeling. Ja, dann guck ich schon wieder weg, sieht aus wie immer das Opfergesicht, das Opfergesicht, das Opfergesicht, das Opfergesicht, das Opfergesicht, das Opfergesicht, das Opfergesicht. Genau, das darf ich dann wieder mal schön hoffen. So. Das wäre schon gleich da, ne? Das ist gar nicht gut, aber das ist mir auch ein bisschen egal als Scheiß-Opfer. Ich wollte auch genug Leben, dass wir es noch aushalten könnten. Ah, das ist gut. Klack. Guckt keiner. Sehr gut, rein mit dir. Ich bin nicht gespannt mit ihm, Freunde, was es da wird. Also, wir brauchen, glaube ich, fünf oder sechs Wanders, glaube ich, Leute. Sechs, sechs, also noch sechs Assassinen-Gräber. Und oh. Oh. Bitte, haltet euch von den Kunstwerken an den Wänden fern. Und wenn deine Männer den Dom bemalen, dürfen sie die heiligen Reliquien in der Lanterna nicht stören. Das sind die wichtigsten Artefakte unserer Kirche. Ja, ja, Padre. Passt ihr auf, dass ihr uns die komplette Summe für die Arbeit bezahlt. Das ist ein Schwergebiet hier. Das wäre doof. Okay, da müssen wir rein, denke ich mal. Aha. Guckt mal, der Film würde ich schon drauf an. Die Weisenei-Demons erkunden und daran versteht, dass sie ein Siegel finden. Okay, irgendwas trockelt, das ging weg. Sollten wir ja wohl. Geil, aber das ist kein Schwergebiet, das ist schon mal super. Ja. So, noch nicht. Und da hoch. Das schafft der Klubchen nicht. Ich bin auch nochmal sicher, bevor wir noch irgendwas kaputt waren. Oh nein. So, jetzt einen dran dran. So, jetzt einen dran dran. No, na, na. Sack. Und, sack. Und, oh, da schafft er nicht, da schafft er nicht, da schafft er nicht, da schafft er nicht, ah, ich bin da hängen, muss man da aus, dann. Au. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof gelaufen, ne? Das ist hier so. Ich habe auch falsch gelesen. Ah, das war jetzt ein bisschen doof, okay, gut. Kann passieren, kann passieren, kann passieren. Komm in den Bestfamilien vor, bisher, komm in den Bestfamilien vor. Gut, weiter geht's, klack und klack und hey, jetzt ist die Feste, was ich nur schaffen würde. Gut, jetzt sind wir jetzt das, okay, das kann man auch, kann man übrigens auch so machen, ich wollte mal zeigen, wie es auch geht. Und jetzt von hier, da rüber, genau, jetzt von hier, da drauf. Und... Und... Wie schafft er das denn, da rüber? Und... Schafft er das denn, da rüber? Versuch, mach klug, ne? sehr gut jetzt habe ich einen weg nach oben als ich abstürze sehr gut so jetzt hier hoch dann da hoch, dann da hoch, dann da hoch, dann da hoch meine ich ne also hoch mit dir mein Freund top das kommt ja umdrehen doch irgendwo hierher mal an, ja, na genau, na da, ja ja, danke schön zack 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 ich weiß auch nicht, wie ich so sagen so und jetzt und das ist ein bisschen so weiter da gesprungen schon sehr gut sei scheißegal mein gott mein gott mein gott mein gott das macht man hier alles für die kinder ja was zack was zum zack und hoch Zack. So. Zack. Oh, das war bei mir schon wieder. Sind wir wieder runtergefallen? Aber ich habe ein wenig sauer. Oh, das war ein wenig Before. Dann to差 auf! So, weiter, um oben ran. Ah, deswegen bin ich jetzt stärker, das wird so veranliness sein! Der hier dran sind, wenn die da hinten rein sind, ne? so geht sie dran und da und da und das läuft ja hier wieder schnett und braut so jetzt da lang denke ich einfach mal das ist auch schon richtig machen meine kolle kollege mein freund dass sie gleich da runterfällst ich bin schiss habe ich jetzt schon wenn ich zu sagen gott gott Okay. Dann wollen wir mal, ne? Gut, ich finde, dass ich so gut aufgepasst habe, dass ich jetzt schon nicht mehr weiß, wo ich hier nicht hin muss. Denk mal da dran. Und dann... Scheiße. Komm hier oben dran vielleicht? Ja, ich weiß, ich weiß, ja, ich weiß. I know, I know, I know, I know. Ich muss da schon rüber gehen. Oh, schon laufen, Kollege. Soll es ja nicht so irgendwie Sprenzkes machen, mein Frohn. Was machst du denn da mal, Freund? Das wird auf jeden Fall lange dauern, Mann, liebe Freunde. Das kann jetzt schon sein, mir. Die Vögelchen zeigen, was sie erwähnt, glaube ich. Hörst du, was wir uns jetzt verstanden? Ja, sie wird es verstanden. Oh, zack. Zack. Sehr gut. Gut. Doch. Was ist denn da, Kollege, das hat schon ein richtiges Wort? Das wird schon deinen Job auch gut machen, mein Freund. Ich bezahle dich ja nicht für schlecht machen, ne? Äh, ja, ich bezahle dich, ja. So, Jungs, zack, rüber! Geilo! Dann mal da hin. Dann wieder kleine Fiegelchen. Fiegelchen. Schafft er das, oder? Ja, natürlich schafft er. Ehrlich, ehrlich. Hallo, ich bin der Meister. Natürlich schafft er das. Ähm... Okay, ich fühle mich jetzt von hier nach... Oh, genau. Jetzt sind wir hier unten. Wow. 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 Das war zu knapp eigentlich schon. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.